Ich fange schon gut an. Das war klar. Ich gebe immer Vollgas. Ich probiere auch immer Vollgas. Zwei sind wir Brüder und haben auf der Piste Konkurrenz. Schlussendlich haben wir beide immer gewonnen. Darum ist es auch richtig, wenn beide sich selber nehmen. Boah, der ist schnell gekommen bei mir. Als erstes? Ja, gut. Ich will sicher ein bisschen mehr Kaffee trinken als Mauro. Und? Heisst das nicht, dass ich weniger trainiere? Oder früher respektive das Training abbreche beim Kaffee. Aber wenn das Training fertig ist, bin ich der erste beim Kaffee. Das war auch heute der Fall. Das ist Bruderleben, das würde ich ihr so zeigen. Wir fahren beide gut. Gleich gut oder schlecht. Ich glaube Beverin und Technikschule haben wir beide vom Glienort gemacht. Dann nehmen wir es gleich. Wir lieben es beide nicht. Anstehen ist nicht für uns gemacht. Zum Glück haben wir zum Teil abgesperrte Piste, wo wir nicht gross anstehen müssen. Aber ja. Was war heute und was war früher? Ich gehe auf dich. Der Maurer konnte schon sehr schnell Rennen zeigen beim Schlechtwetter. Also ich bin ein sehr guter Schlechtwetterfahrer. Aber auch ich... Ja... Was soll ich sagen? Vielleicht habe ich schnell mal kalt gehabt. Das ist möglich. Also gut. Okay, vielleicht ein bisschen mehr schöner. Eingeloggt. Wir haben beide sehr viele Skis. Auch unsere Skifirmen, die dir zur Verfügung stellen. Wie viele Skis hast du? Ich weiss es nicht einmal. Aber mit den Apfelschritten halt gerne nochmal. Ja, ist der Keller voll. Ist der Keller voll, ja.